Heute bei uns im Haus einer der besten Bahnfahrer, Franco Mavulli, seit einigen Jahren schon Xentis-Athlet. Franco, erzähl uns etwas über Xentis und deine Erfahrungen. Xentis-Live-Räder haben super Design, sehr gut aus, hochwertiges Material, sehr steif, Sturzfest, wenn man auch stürzt. Für mich war und für sich das absolute No plus Ultra. Ich bin auf der Bahn, viermal Weltmeister gewesen, fünfmal Automeister, habe eine Olympia-Siebermedaline in Athen gewonnen und 30 Six Days gewonnen. Der Erfolg spricht bei sich, wie lange man gesehen hat. Ein super Laufrad, als bei allen Männern von den Baujahren. Das Teil ist gut, materialmässig, absolut top. Ich verbleibe mich von der Vorzuneigung. Danke, Xentis. So Xentis fahren, welchen Erfolg damit habe ich, das schon seit Jahren.